Blutsport, Blutsport, ab heute begehr ich Rufmord Zierst mich mit Weihnachtsgott, Weihnachten, es wird rot Beim Schlachten bis zum Tod, Tod ist meine Panzerfaust Ich ziele auf den Schlitten, heute stirbt Santa Claus So, willkommen zu einer weiteren Folge NAR Battle Awards und diesmal wieder eine ganz besondere Folge, die wohl auch ziemlich lange gehen wird da es um die Qualifikation 2020 geht und das waren wieder mal 150 Runden, die ich mir geben musste und dann entscheiden musste, beste Hook, bestes Feature, beste Solo-Runde, bestes Team und da gibt es auch gerade am Anfang immer viele besondere Awards wie zum Beispiel auch bester Newcomer das wird ja nur in der Quali verliehen oder auch bestes Comeback gab es mal, dann über irgendwelche Überraschungen wir haben diesmal auch ganz spezielle Awards, das werdet ihr dann aber sehen Was ist noch dabei, bestes Gimmick zum Beispiel, ist ja auch immer ganz interessant wer halt von den Teilnehmern das beste Gimmick hat das braucht man ja nicht jede Runde zu verleihen das ändert sich ja meistens nicht, sollte zumindest nicht und ich habe euch ja versprochen im Interview mit Prime ich werde das noch machen, ich werde das nachholen ich werde das vom Finale nachholen, das habe ich nun mittlerweile gemacht jetzt auch die von der Qualifikation was wir jetzt direkt machen und auch die von den 75. Runden wird kommen ich sitze dran, ich setze mich ran ich muss nur alles unter einen Hut kriegen alle Ramses Kitchen Videos und Folgen dann das mit Pokémon so, auch zwischendurch noch Privat Zeit mit Freundinnen, für die Mama da sein hin und her und auch noch hier die Awards also da muss man immer gucken, aber wir machen das schon diesmal fangen wir natürlich wieder mit ein paar Statistiken an die Statistiken aus der Quali-Phase vom NAR Battle 2020 zuerst natürlich wieder meiste Aufrufe und die meisten Aufrufe kamen diesmal vom Pöbeltrupp mit 1095 Aufrufen auf die Runde, auf die Qualifikation also die haben auf jeden Fall ordentlich für Gesprächsstoff gesorgt denn die haben nicht nur meiste Aufrufe, sondern auch meiste Kommis ebenfalls also Pöbeltrupp, meiste Kommis mit 67, also die sind in der Quali-Phase ziemlich durch die Decke gegangen, könnte man sagen weiter geht es dann mit Likes auch hier bei Likes liegt der Pöbeltrupp vorne der Pöbeltrupp hat 68 Likes auf seine Qualifikation bekommen das hat euch also sehr gut gefallen vor allem das Video ja dann natürlich und auch der Rap und der Beat und das ist alles immer sehr chilly gemacht wie weit das im Battle dann taugt und kommt, sieht man dann aber weiter geht es zu Dislikes die meisten Dislikes auf seine Runde hatte der letztjährige König des NAR nämlich Prime beziehungsweise hat ja der Pastor geworden wir wissen jetzt eigentlich alle in einem aber doch zu dritt oder wie auch immer auf jeden Fall hat Prime die meisten Dislikes bekommen in der Qualifikationsphase mit 46 Dislikes da ist natürlich viel Gesprächsstoff entstanden wir haben das auch im Interview schon angesprochen viele mögen ihn, viele hassen ihn er ist halt immer ein bisschen kontrovers unterwegs auch durch seine Art und Weise wie er sich manchmal gibt, wie er sich äußert wie er dann am Ausrasten ist oder wie er mit Kritik umgeht, so keine Ahnung aber Prime lebt einfach für den Scheiß er opfert sich da viel auf und dementsprechend ist er dann auch immer gleich auf 180 so ist er halt man muss ihn lieben man kann ihn mögen man kann ihn hassen man braucht ihn auch nicht keine Ahnung das müsst ihr für euch selber entscheiden dann geht es noch weiter mit kein Dislike gab es auch aber da gab es diesmal direkt gleich drei Leute nämlich Peter hatte keinen einzigen Dislike auf seine Qualifikation während andere fast 50 haben hat Peter einfach gar nichts gehabt das hätte ihm schon zum beliebtesten Teilnehmer dieses Jahr machen müssen aber das gab es hier nur einmal bei Sheldon weil der alleine einfach null Dislikes hatte diesmal gibt es keinen beliebtesten Teilnehmer denn es gibt insgesamt ja drei Stück neben Peter hat auch der Deepthroat MC null Dislikes bekommen und der dritte im Bunde ist Reflect der hat auch null Dislikes bekommen also sehr gute Sache auf jeden Fall die drei ohne Hate hier rausgegangen ohne blindes Disliken Facebook gab es ja noch nichts das ist ja erst in den Runden dabei also Facebook Likes und Facebook Dislike gibt es ja nicht aber wer da viel Däumchen hat wer wenig Däumchen hat das wird dann da dazu gezählt hier nicht deshalb kommen wir auch direkt schon zu den ersten Awards wie ganz normal wir haben zwar 150 Runden gehabt aber es war ganz einfach rauszufinden wer die erste Abgabe hatte nämlich die Nummer 1 der zuerst abgibt wird als erstes hochgeladen das war die Nummer 1 ganz klar und das war Hints und Kunst 13 also Mace Master und Romantik mit der ersten Abgabe bitteschön dann geht es weiter mit bester Beat Pick und hier musste ich mir auch wirklich nochmal alle 150 Runden anhören der Beat von Dynamics zum Beispiel hat mir auch relativ gut gefallen bei vielen Runden waren sehr chillige Beats dabei Oldschool Beats manchmal auch Beats in die Fresse der Beat von Reflect oder so hat zum Beispiel auch richtig abgerissen der war auch sehr hart und brutal hat die Runde sehr gut unterstrichen das war ja auch von der Runde das war ja keine Quali in dem Sinne sondern eine Runde aber im Großen und Ganzen ist mir ein Beat am meisten hängen geblieben und irgendwie ist das fast immer so die die am ersten abgeben die hinterlassen auch den meisten Eindruck weil man die einfach immer im Gedächtnis hat irgendwo deswegen für mich auch bester Beat Pick Hints und Kunst 13 hat mir wirklich gefallen der Beat der auch in eine gute Battle-Richtung kam die auch sehr gut drauf gewirkt haben und das alles eine schöne Runde Runde war deshalb bester Beat Pick Hints und Kunst 13 Apropos Pokerblatt ich geh all in wie Pokerspieler jahrelang Jurygeld bezahlt ich hol mir die Kohle wieder ich weiß dass jeder gegen diese Kombo am Mic fällt scheiß auf Interview gib mal Preisgeld dann kommen wir zu beste Idee beste Idee muss man sagen habe ich die ganze Zeit Star auf dem Bildschirm gehabt denn der hat ja dieses Every Word ist Google Pick oder so gehabt also der ganze Text den er hatte jedes Wort was gesagt wurde wurde direkt mit einem Bild unterlegt und ist sicherlich auch ein bisschen aufwendig gewesen kann man so machen oder was war noch beste Idee dabei es waren eigentlich viele sagen wir mal Standardrunden dabei wo jetzt nicht großartig irgendwas gewerkelt wurde hin und her dann habe ich einen gesehen bei Bestes Gimmick nämlich den Maximilian weil ich die Geschichte dahinter und wie das entstanden ist einfach gut fand aber im Endeffekt habe ich gedacht das kannst du doch als Idee nehmen einfach statt Bestes Gimmick einfach beste Idee an Maximilian denn Maximilian den gibt es in dem Sinne ja gar nicht also das war ja in der Quali von Brois Bro ist Broijs der hat auf jeden Fall in seiner Runde den Maximilian getisst der mit dem er privat wohl irgendwie Probleme hat und den er richtig kacke findet und dann hat sich der Jute gedacht oh da mache ich jetzt einfach mal eine Quali als Maximilian und gehe auf die Vorwürfe ein gehe auf die Quali ein und battle den schon mal ein bisschen aus Sicht von Maximilian was würde wohl Maximilian dazu sagen und das ist sehr cool weil es ist nicht einfach irgendjemand der da mitmacht sondern das ist aus der Qualifikation von Brois heraus entstanden ein Teilnehmer ein fiktiver Teilnehmer in diesem Battle Universum und so eine Quali zu machen als jemand der eigentlich nicht existiert aber irgendwie auch doch existiert aber als reale Person aber wir den nicht kennen und er jetzt eben dargestellt wird oder auch eine Stimme bekommen hat das fand ich richtig genial deswegen beste Idee Maximilian ich bin Maximilian Respekt ist keine Aufgabe nein mehr eine jämmerliche Aussage Johannes Estron gerne vom blitzig Gewitter was saugst du dir eigentlich für einen Mist aus den Fingern ich kann keine Waffe halten weil es mir zu schwer ist und du kannst keine Verantwortung tragen dann kommen wir zu bestes Video und hier muss ich auch sagen habe ich auch ein bisschen hin und her geschwankt das von Crazy O zum Beispiel hat mir an sich gut gefallen er macht eigentlich in letzter Zeit sehr häufig gute Videos die man sich gut geben kann viele haben natürlich so One Takes gehabt viele haben einfach gar kein richtiges Video gehabt die braucht man auch gar nicht mit reinzählen oder viele sahen sehr schwammig aus wer aber auch von seiner Qualität überzeugt hat war einfach Reflekt denn meiner Meinung nach es hat noch nie ein Wald so schön ausgesehen wie bei der Quali von Reflekt dass das wirklich der Hintergrund so schön unscharf gehalten ist und Reflekt einfach so scharf gestochen im Vordergrund präsent ist auch wie er da rumspastelt auch mit der Kapuze auf so als Person diese schwarze Mütze tief ins Gesicht gezogen dass ihr da nichts seht und normalerweise hasse ich ja solche Waldwiesen Videos oder irgendwas oder Feldwege und mag eher so City Feeling aber bei Reflekt wirkt das Video einfach trotzdem richtig schön ansehnlich richtig glasklar gestochen wunderbar und das Bild allein hat mich einfach überzeugt da geht natürlich noch einiges man kann da natürlich noch mehr Effekte reinballern so Vorspulen Zurückspulen Zeitlupen andere Übergänge andere Schnitte mehr Schnitte schnellere Schnitte richtig also da ist noch was rauszuholen aber rein von der Optik fand ich das einfach ein richtig schönes Video in der Qualifikation was ich auch hier würdigen wollte deshalb bestes Video an Reflekt dann kommen wir zu bestes Feature und da hab ich eigentlich Wackhouse Records sehr weit vorne gesehen Featuring Flow aber ich hab mir noch ein bisschen ich hätte mir auch den Award wieder selber geben können bei Luki und Crazy One aber ich hab das zusammen mit dem Ditchen mir angehört ich hab extra alle Runden nochmal drauf gemacht die ein Feature hatten weil ich hab gesagt im Endeffekt mir ist es eigentlich egal ich würd's denen gönnen ich würd's denen gönnen ein paar anderen gönne ich's nicht so keine Ahnung ich möchte das so nicht entscheiden weil ich selbst ja auch als Feature dabei war und er soll mal sagen was ihm gut gefällt er hat dann gesagt bei der Runde von Peter der Voice der ist cool der ist gut der passt auf jeden Fall und nach 10 Jahren Überlegung ging's plötzlich ja ja der mit der Puma-Mütze den fand ich doch nice aber der mit der Puma-Mütze war ja nicht Voice in der Runde von von Peter das war ja der Zero also der Zero in der Runde von Lion und den hab ich dann auch später nochmal drauf gemacht und ich muss ehrlich sagen auch wenn Flo natürlich richtig guter Rapper Singer ist ne richtig kraftvolle gute Stimme hat das alles sehr gut produziert klingt und so weiter ist mir auch irgendwo das von Zero ein bisschen mehr hängen geblieben so keine Ahnung weil das eben auch mehr gerappt war als gesungen während mir bei Voice in der Runde von Peter das zwar cool war aber irgendwie man in dem Sinne keinen Unterschied hatte zwischen Peter und Voice man dachte das sind zwei Rapper die nacheinander durchflexen man hat das in dem Sinne gar nicht so als Hook wahrgenommen das hat nicht gewirkt wie eine Hook das hat gewirkt einfach wie ein Gast Part vielleicht war es ja auch einer deswegen hatte Ditchen mich überzeugt ich hab damit kein Problem gehabt er hat gesagt Puma Mütze also der Puma Mützenmann hat gewonnen sprich Zero in der Runde von Lion bestes Feature dann kommen wir zu beste Hook wer hat also keinen Gast gehabt und die Hook selber gemacht und da was Gutes hingezaubert was man sich gut geben kann Philipp Manns ist mit deinem Gedächtnis geblieben einfach zünd die Kippen dann und lache also weiß ich nicht das hat beim ersten Mal Hören hatte ich noch diese Kack-Kopfhörer hab gedacht boah das klingt aber komisch im Endeffekt waren es wirklich diese Gammel-Kopfhörer als ich die anderen dann hatte und hab das auch mal so gehört mir ist dieses Feeling diese Stimme das Zeug so im Gedächtnis geblieben und ich weiß nicht das ist einfach ein Typ den gibt's gar nicht sozusagen den gibt's nicht nochmal aber mir ist später noch was hängen geblieben was ich auch richtig genial fand dem wollte ich auf jeden Fall unbedingt was geben irgendwo wegen der Atmosphäre dann dachte ich gut gibst du was wegen der Beat-Wahl dazu aber Beat ging ja trotzdem auch wieder an jemand anderes aber ich hab gedacht beste Hook würde auch passen denn die Hook wirkt ja nur so gut weil es eben diese Mischung aus der Mische dem Feeling und dem Beat ist und diesem Wiederholenden und dem Einstieg also genau das was die Hook ausmacht da erreicht der Beat ja immer seinen Höhepunkt dieses Wiederholende das wie der Beat sich abhebt vom Rest der Runde in der Hook und das Gesamtspiel fand ich einfach richtig genial bei Jochen G der hat meiner Meinung nach hier beste Hook bekommen der müsste eigentlich auch den Schocker der Woche bekommen den Schocker des Jahres weil der hat erste Runde einfach nichts eingereicht und ich hab mich so verliebt in die Quali schon die auch ein bisschen untergegangen ist immer schön in die Armbeuge kotzen das muss sein deswegen beste Hook Jochen G leider nicht mehr dabei aber wir haben die Quali auf jeden Fall die ist Gold wert die kann ich mir auch so gut geben dann kommen wir schon zur besten Crew Runde da hab ich auch ein paar Leute aufgeschrieben zum Beispiel die Cannabis Anbau Bewässerung Systemtechniker Verwaltungszentrale nicht Techniker sondern Technik Verwaltungszentrale die fand ich nice von der Beatwahl her vom Flow von den Stimmen das hat mir eigentlich sehr gut gefallen aber die haben kein eigenes Video gehabt Bruder deswegen dürfen die eigentlich dann gar nicht mitspielen dann haben wir den FC Deutschland gehabt den Thorsten Podolski und den Frank Schneider die auch irgendwie untergehen warum auch immer die waren aber auch sehr dope eigentlich müsstet ihr die kennen erst waren sie zu dritt jetzt sind sie zu zweit wieder da haben immer noch einen coolen Style das ist alles eher sehr chillig gehalten und so da war das Video glaube ich eigen also selbst aber man hat ihn nicht gesehen und da kann man auf jeden Fall mit dem Video auch noch was machen noch mehr herzaubern hat mir aber im Endeffekt trotzdem nicht gereicht da das mir dann zu chillig war auch wenn der Rap richtig erste Sahne war fand ich eine Runde als Crewrunde einfach noch überzeugender und das war Hints und Kunst 13 wieder mal wie gesagt als erstes abgegeben hier einen richtig guten Eindruck hinterlassen auch dass die zwei sich überhaupt zusammengetan haben jetzt durch die Mische von Romantik das gut passt die zwei ja sowieso immer gute Texte hatten immer gute Punches dabei der Rap auch klar geht auf jeden Fall der Beat richtig überzeugter da schon ein richtig gutes Feeling mitgebracht hat bei den Videos gut wurde ein bisschen was zusammengeschraubt gerade beim Romantik seinem Part trotzdem war das einfach ein richtig gutes Gesamtbild ergeben und für mich ist das einfach immer noch die beste Crewrunde in der Qualifikationsphase 2020 gewesen Hints und Kunst 13 bitteschön Dann kommen wir eigentlich zum zweitwichtigsten erworben nämlich die beste Solo-Runde und es waren so viele Leute dabei die einfach nur kurz einen 16er hingerotzt haben die man im Video nicht sieht oder die keine Hook haben oder die halt was Altes eingereicht haben oder wo man überall irgendwo so Abstriche machen konnte aber ich trotzdem wollte bei beste Crew und beste Solo-Runde dass das wirklich zwei vollwertige Sachen sind wo in jedem Punkt irgendwo was erfüllt ist dass der Beat einigermaßen gut ist dass die Mische einigermaßen gut ist dass das Video einigermaßen ansehnlich ist dass ein Hook auf jeden Fall dabei ist dass man sich das gut geben kann dass ein guter Text dabei ist alles wunderbar und für mich hat eigentlich einer herausgestochen aus der ganzen Sache und das war Page & Vince die Leute haben ja schon gesagt wie will man ihn diesmal aufhalten wenn ich doch diesmal alleine bestimme Page & Vince im Finale gleich dabei zack fertig und Page & Vince Runde fand ich auch sehr gut also das Video sah gut aus er hat wieder gute Bars gedroppt die man sich gut geben konnte die Mische hat gepasst auch die Hook ging richtig gut ins Ohr war einfach gewohnte Page & Vince Kost meiner Meinung nach konnte da keiner mithalten keine alten Sachen keine Sachen ohne Video keine Sachen die schlecht klungen oder schnell was hingerotztes ohne Bezug irgendwas Page & Vince einfach hier die vollwertigste Solo-Runde gemacht und die in jedem Bereich was zu bieten hatte für mich also beste Solo-Runde Page & Vince sie machen mit dem Männer er weil sie es echt lustig fänden doch bei ihren Texten krieg ich heftig denk Muskelkrämpfe schreib die Finger spitzen wund und du hoffst dass es mich trifft ich zieh dich nicht durch den Kakao ich kipp ihn dir übers Gesicht deine Freunde und Verwandte nehmen dich nie wieder siehst jetzt besser aus doch dafür hat dein Vater dich entehrt früher dachten sie bei Vince ey der Sieg wäre doch für sie klar doch wer will mich noch battlen wenn nur Ramses hier die Jury macht dann kommen wir noch zu unterhaltsamste Runde die geht diesmal an Mimetic ne aus der äh Ecke kamen ja verschiedene Sachen hier Adore so ein bisschen mit Videos von die Konfi oder also vom Dustin oder auch Star oder auch Club Rillejo aber eben auch Mimetic und ich fand die Mimetic Runde war von den ganzen Videos die irgendwie auch so mit Intros bearbeitet waren und dem ganzen Schnickschnack dabei die unterhaltsamste denn schon alleine das Intro war unterhaltsam der Beat war richtiger Quatsch also der Beat der war schon so trashig dass man das schon wieder feiern musste auch dieses random Video dazu wo einfach so viele VIPs und Rapper und Stars und komische Memes reingeschnitten waren und wie der Ramses da spazieren ging und den Kollegen da geboxt hat und dazu der Beat die ganze Zeit so gelaufen das hat so gute Laune einfach verströmen dass ich das sogar besser als Club Rillejo fand dass ich das auch besser fand als Star und das auch weiß ich nicht mehr Inhalt meiner Meinung nach bot und auch angenehmer gerappt war dass es eigentlich sogar auch eine vollwertige Runde war wenn man so nennen möchte für mich also unterhaltsamste Runde Mimetic Was du bist der beste Koch der Welt ey der Schuppen ist veraltet und die Suppen sind versalzt tote Zeile also lass das Kochen lieber bleiben du faules Früchtchen was du machst ist Banane du bist feige wir beide gar nicht zu vergleichen hab ne harte Schale mein Rap allererste Sahne dann kommen wir zu langweiligste Runde da wollte ich den Award eigentlich direkt an Master Rollins geben weil der theoretisch der schlechteste Rapper auf der Welt ist den ich kenn und ich dem einfach wirklich diese Chance geben wollte hier was zu machen er es natürlich verkackt hat nichts eingereicht hat lieber seinen Namen geändert hat und jetzt überall äh als MC Ficker Tracks veröffentlicht und denkt wenn er jetzt einen auf äh Perversen macht dann kriegt er mehr Klicks und Aufmerksamkeit bekommt er ja obwohl die meisten Leute ihn trotzdem einfach nur auslachen und doof finden müsste man so sagen man kann das auf jeden Fall nicht abnehmen und ernst nehmen und der Rap ist auch wirklich für die Tonne muss ich so leider sagen und seine Runde ging 4 4 fast 5 Minuten alle Tracks die er auf YouTube hat gehen 4,51 oder so ist euch das mal aufgefallen also alle die er da vorher drin hatte als Master Rollins immer 4 Minuten 51 richtig komisch da ist wahrscheinlich immer hinten noch äh Leerlauf drin dass das genau auf diese Zeit kommt weil das in seinem Video Zeugs wo er das hochlädt so ist dass das so lang gehen muss trotzdem hat das einer geschafft obwohl Master Rollins so schlecht ist und so wack ist und eigentlich den goldenen Scheißhaufen verdient hat trotzdem hat es einer geschafft eigentlich noch langweiliger zu sein da Master Rollins trotzdem durch seine Wackness irgendwo auch unterhaltsam war und man schmunzeln konnte und oh mein Gott und dass mehr Leute aber noch interessiert hat als die Runde vom Playboy45 eeeh der hat nämlich eine Runde gemacht da hast du gar nicht gemerkt dass der überhaupt rappt oder dass der überhaupt in der Runde selber dabei ist sozusagen keine Ahnung da hat das Video abgelenkt da war das einfach nur so richtig okay war da jetzt was ist schon vorbei hab ich gar nicht mitgekriegt während bei Master Rollins die ganze Zeit drauf gewartet hat boah hoffentlich ist es endlich aus oder eigentlich kann ich den noch 10 Minuten weiter hinhören er sagt zwar eh alle 5 Sekunden das gleiche aber trotzdem guckt dir doch den Typ an und so war es dann langweiligste Runde Playboy45 eeeh der es aber dann geschafft hat einfach Hammer raus zu kicken im 75stel mein Gott das ist bitter da drehen die Leute jetzt noch durch aber langweiligste Runde im in der Quali dann kommen wir zur Überraschung des Jahres und das für mich auch eindeutig nochmal die Konstellation von Hintz und Kunst 13 denn wir wissen ja alle Romantik hat das allererste NRR Battle gewonnen er hat das dritte NRR Battle gewonnen 2016 also 2015 hat Mace gewonnen dazwischen also das sind im Prinzip also die Urgesteine und dazwischen gab es auch immer mal ein bisschen Stress oder Beef dann haben die sich in der Jury eingefunden beide saßen in der Jury da gab es auch immer mal Keilereien mit Luki und Crazy O meistens mit Crazy O dann hat sich die ganze Jury die Köpfe eingeschlagen ich habe gedacht oh mein Gott wo führt das noch hin und jetzt treten sie dieses Jahr ich mache alleine Jury und plötzlich treten sie als Team an ich hätte gar nicht gedacht dass Romantik überhaupt nochmal mitmacht aber er ist dabei und er ist das erste Mal nicht alleine er hat sich mit Mace Master zusammengetan und Mace Master hat sich mit Romantik zusammengetan und sie beide treten an als Team und wer will die beiden denn auffallen die zwei Könige mit dem NHR die ergänzen sich sehr gut finde ich und durch Romantik steht Mace auch nochmal in einem ganz anderen Klang da der glänzt einfach nochmal durch die Mische von Romantik Mace greift Romantik ein bisschen unter die Arme bei Videos und so dass der sich um die Videos kümmert so hat sie jeder seine Aufgabe beide können sich aber auf ihre Texte auf ihren Rap konzentrieren das auf jeden Fall stark da bin ich gespannt was da noch geht also das meine Top Anwärter und Favoriten auch neben Page & Vince natürlich und Adore die sehe ich alle drei im Finale so jetzt habe ich es schon verraten was wollt ihr noch aber Überraschung des Jahres an Hinso Kunst 13 dann kommen wir noch zum bestes Gimmick und da habe ich schon Maximilian erwähnt beim letzten Mal dass der eigentlich für mich das Gimmick bekommen hätte dass der aus einer Qualifikation einfach eine Person als Person plötzlich hier reinkommt der erwähnt wurde den keiner kennt aber er sich als er ausgibt und dann plötzlich mitmacht um sich zu wehren und eine Gegenstimme zu machen hat aber dann die beste Idee bekommen denn es war ein Gimmick was man wirklich direkt als Gimmick sehen kann und verstehen kann und das war Oscar der Ostfriese und er sieht sieht nicht nur besonders aus der klingt auch so und auch das Video wie er da auf seinem Bett gesessen hat und ist da durch sein Zimmer gerudert mit seinem Kompadre und dieser dieser Bar dieser grauselige und dieser Akzent dazu diese Maske das war so genial ich schipper 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 das hat mir so gut gefallen Oscar der Ostfriese auf jeden Fall bestes Gimmick dieses Jahr dann kommen wir noch zu bester Newcomer da habe ich auch die ganze Zeit den bester Mann auf der Liste gehabt weil der auch hier gut abgeht und viele den feiern ich weiß jetzt aber gar nicht wer hinter bester Mann steckt ob der schon mal dabei war oder nicht ich blicke eh nicht mehr durch also nehm mir das nicht über bei so vielen Teilnehmern immer und jedes Jahr hin und her keine Ahnung hab dann aber angemoppelt zum Beispiel entdeckt und angemoppelt fand ich auch richtig genial der hat mir auch so gut gefallen dass ich dachte okay komm gibst du angemoppelt hier gib dem mal eine Chance der andere der sahen eh richtig ab der kommt weit angemoppelt soll auch mal einen Award bekommen aber dann ist mir noch einer ins Auge gestochen der mir sogar noch besser gefallen hat als angemoppelt und das war Akkulos der ist zwar glaube ich auch erste Runde rausgeflogen schon eben gegen Lehefix aber ich fand den seine Quali so genial mir hat der Rap gefallen mir hat die Stimme gefallen mir hat auch der Beat den er hatte gefallen das war für mich einfach fresh so zum Anhören auch gerade durch die Beat weil sowas Besonderes dass mir das hängen geblieben ist sicherlich ist bester Mann Rap-technisch vielleicht um Längen besser aber Akkulos ist mir einfach mehr hängen geblieben deswegen für mich bester Newcomer Akkulos dann kommen wir wir sind eigentlich schon bei den besonderen Awards ja denn eigentlich war langweiligste Runde der letzte normale Überraschung war neu Gimmick war neu bester Newcomer war jetzt neu jetzt kommen wir zu kreativster Dude ich wusste nicht wie ich es nennen soll erst wollte ich es YouTube Kacke nennen aber wir nennen es einfach kreativster Dude und der Award geht eindeutig an Dustin von DieKonfi weil der jede Runde so geniale Intros zaubert und Videos verfeinert dass man immer traurig ist wenn jemand aus der Ecke da rausfliegt und hofft dass er für noch tausend andere Leute Videos macht weil das wirklich so unterhalten ist und so genial gemacht und ich freue mich jedes Mal wieder wenn ich sehe Video von Dustin von DieKonfi da denke ich mir geil ich muss jetzt extra Scheiße labern damit er auf jeden Fall diese Scheiße nimmt und so zusammenschneidet dass sie wieder was Ganzes ergibt und keine Scheiße mehr ist aber man muss ja nur Ramses und Scheiße und Ramses Scheiße also keine Ahnung schon diese zwei Worte dann kannst du so viel draus machen ich feiere das auf jeden Fall kreativster Dude Dustin von DieKonfi Ich bin Ramses Einige kennen mich vielleicht als Imsy Ramses Ich ziele auf den Gegnerbezug Gegnerbezug Man Gegnerbezug Gegnerbezug Suss Suss Ein echter Ramsedog hat insgesamt 87 Würste Dann kommen wir zum nächsten Award der ist wieder was ganz besonderes mir ist nämlich die Runde vom Treckerfahrer Jupp auch aufgefallen das war auch mal was erfrischend anderes und eigentlich könnte der sich schon fast mit Philipp Manns zusammentun so inhaltsmäßig die haben so den gleichen Lifestyle aber Treckerfahrer Jupp ihr kennt das ja alle diese Inzucht Typen da die auf ihre Trecker durch die Gegend fahren ne und die sind eh mit jedem verwandt wir nennen den Wort wir nennen den Wort einfach Loch ist Loch Lifestyle denn er sagt ja auch egal Schwester wird dir knallt hier da die Nichte wird dir flankt alles zack oh der kleine Bruder geht in den Arsch zack alles mitgenommen und dann hat er dann hat er Standy getroffen und das war auch so unterhalten einfach die Qualifikation das hat Spaß gemacht und dieses dieses ganze Gimmick trotzdem auch was der da verkörpert sozusagen hätte Gimmick sein können aber mir hat da ne Person dazu gefehlt die so bildlich dargestellt wird aber trotzdem Loch ist Loch Lifestyle der Award an Treckerfahrer Jupp Ja ich bin fast 100 doch meine Tochter ist 2, 3, 4 grad mal Anfang 20 wird dir fickt 2, 3, 1 meine Frau war echt ne Nette und ja wir hatten Sex jetzt ist sie alt und näßlich mach sie weg und jetzt alle dann kommen wir zum nächsten da wollte ich erst sagen heftigster Teilnehmer auf jeden Fall sehr verstörend aber mir ist noch was viel besseres eingefallen weil er das auch in seiner Qualifikation erwähnt hat dass er eine Million Sozialstunden machen musste und das ist Philipp Manns deswegen bekommt der von mir auch den Award eine Million Sozialstunden weil das ist schon heftig wie ein heftiger Teilnehmer so viele Sozialstunden hat noch nie ein Mensch machen müssen aber Philipp Manns der ist ja so heftig einfach und was der für ein komischer Typ ist nehmt euch bloß in Acht sperrt die Kinder weg vergrabt die im Garten nicht dass Philipp Manns kommt ne sonst werden bald mal 5 Millionen Sozialstunden draus also der Award für eine Million Sozialstunden geht an Philipp Manns ich hab das Tab veröffentlicht und machte dadurch eine Million Sozialstunden früher hat es nicht gereicht kein Fan kein nichts und niemand der sich heut noch über einen Philipp wegfreut ich bin meinen Weg gegangen und hab mich damit selbst zerstört niemand der mich heut noch hört niemand der mich heut noch hört hat Kinder vergewaltigt getötet dann kommen wir zum Erotiker-Wort mhm den kriegt natürlich der Ramses weil er immer hier sitzt nackt mein Spaß ich hab's dann genannt Erotischste Runde und da kann's ja nur eins geben weil mir die Ärsche bei dem Pöbeltrupp immer so gut gefallen also das sind ja keine Tänzerinnen das ist ja der Pöbeltrupp der Pöbeltrupp das sind ja 10 Frauen die mit den Ärchen wackeln ne also nur 5 gut und für mich also deshalb Erotischste Runde Pöbeltrupp ist zwar kein eigenes Video aber die haben extra ihr Brazzers Abo verlängert damit sie weiterhin da schöne Videos runterladen können und in die Runden zaubern können und irgendwo so ein so ein Hauch Erotik oder was Ansehnliches das dem Gegner schon der Sabber aus dem Mund läuft kann man natürlich auch machen dann kriegt er gar nicht mit wenn er rausfliegt weil er immer noch am Gucken der Quali ist gute Sache also Erotischste Runde der Pöbeltrupp dann kommen wir noch zu dümmstes Video wusste ich auch nicht wie ich das nennen soll es gibt ja bestes Video und jetzt kommen wir zu dümmstes Video was nicht heißen soll dass das schlechtestes Video ist sondern das dümmste Video einfach und das kommt von Neil Rap dann guckt euch einfach das Video an diese dämlichen Grinsvisagen überall so richtig grinsch auch wenn ich das Wort noch nie benutzt habe und nicht mal weiß was es bedeutet aber wie die alle einfach so gekünstelt gucken und machen und acten und rumspasten und ah was ist das das hat mich auf jeden Fall so richtig getriggert das nächste Wort was ich noch nie benutzt habe und auch nicht weiß was es bedeutet also dümmstes Video geht auf jeden Fall an Neil Rap was auch irgendwo sehr unterhalten war dann kommen wir noch zum Best Female Act den gab es auch noch nie aber da wir diesmal mehrere Frauen im NAR Battle hatten die mitgemacht haben können wir auch den Best Female Act verleihen das ist aber nicht Female Distraction das waren ja zwei und deshalb geht der Best Female Act natürlich an Adore und ich glaube Adore wird diesen auch mitnehmen und verteidigen bis ans Lebensende bis irgendwann keine Adore mehr in Sichtweise ist weiter und mal ein anderes females Akt dabei ist ich glaube selbst wenn Adore nicht mehr dabei ist wird sie trotzdem jede Runde den Award für Best Female Act bekommen einfach nachwirkend und nachwirkend? ja gut das muss man nicht erklären das ist einfach so das ist ein Running Gag ne würde ich sagen oder das ist einfach nur geisteskrank und pervers sucht euch aus Best Female Act auf jeden Fall Adore die Domina dann kommen wir noch zum Chill Out Moment und der geht an Nyan Cosplay der war ja eigentlich als Team dabei mit Nyan also war es dann Nyan Nyan Cosplay jetzt ist nur noch ein Nyan dabei und nicht mehr der zweite Nyan also heißt es nicht mehr Nyan Nyan Cosplay sondern nur noch Nyan Cosplay hat aber auch richtig gutes Feeling und Vibes gehabt wieder ein Wort was ich noch nie benutzt habe nicht mal weiß was es bedeutet aber ich benutze es trotzdem deshalb Chill Out Moment an Nyan Cosplay weil da kann man sich einfach zurücklehnen die Füße hochlegen die Hose aufmachen ne die Dose aufmachen also die Flasche also das Bier das einfach zum entspannen Chill Out Moment an Nyan Cosplay dann kommen wir zu beste Punchline und das habe ich auch noch nie vergeben und eigentlich ist es auch nicht mal eine Punchline weil das ist kein Punch das ist eigentlich nur eine Line das ist nur eine Aussage mehr nicht werde ich auch nur diesmal vergeben weil sonst muss ich ja immer eine Line raussuchen die mir hängen bleibt aber beste Punchline geht an angemoppelt weil das auch so hängen geblieben ist ein Spruch mit treffe ich mal auf Briefeule kriegt der Bastard Miesbeule ha das fand ich so genial dass immer wenn irgendwo irgendwas war und Briefeule dastand und ich musste was reden oder kommentieren habe ich immer genau diesen Satz mir dazu gesagt Briefeule kriegt Miesbeule ja das hat sich einfach so eingebrannt es ist in dem Sinne keine Punchline aber es ist halt eine Line im Battle in der Quali die rausgestochen ist und die ich einfach nochmal würdigen wollte beste Punchline angemoppelt dann kommen wir noch zum besten Namen ihr kennt natürlich alle den Knurzi also den Knurzwarz aus dem Finsterwald aber dieses Jahr wurde dem Ganzen die Krone aufgesetzt denn es wurde ein neuer Star geboren der Furzwarz aus dem Knisterwald das ist doch herrlich oder und dann hat er noch so ein schönes Video wo das Männchen sich so dreht und der Mund die ganze Zeit redet ich habe es auf jeden Fall so gefeiert als er das geschickt hat da habe ich schon gesagt bester Name und er jo ich weiß Furzwarz aus dem Knisterwald bester Name dann kommen wir noch zur depressivste Runde und die kommt diesmal von Jan sein der hat so ein richtig ekliges Video mit so einer fetten Frau die da rumgeschoben wird und einkaufen geht und wahrscheinlich noch ihren Mann tyrannisiert und richtig ungemütlich ist in ihrer Art und Weise aber dazu so einen extrem traurigen Beat und da kommt so eine zäde Stimmung auf du hast Z gesagt das hast du auch noch nie gesagt und wahrscheinlich weißt du nicht mal was es bedeutet doch das weiß ich ne Z das ist so wenn du mehrere Teile in den Eimer hast verstehst du na das ist wieder was anderes gut das wird nämlich SET geschrieben aber wir meinen ja SAD und ja ist doch gut musst du jetzt nicht die Zuschauer aufklären hoffentlich hat es eh keiner gehört so depressivste Runde an Jan sein auch wenn eigentlich die Runde lustig war wenn man einfach mal die Aussagen von ihm auch wahrgenommen hat was er da so reingebracht hat war der Text irgendwie trotzdem unterhaltend aber das so deprimierend rübergebracht dass das für mich einfach auch ein Wort wert war depressivste Runde Jan sein ich laufe einfach irgendwelchen Rappern hinterher und erschieße sie mit einem gesicherten stummgewehr wenn sie sterben dann lecke ich ihre Wunden ab weil ich jahrelang nichts getrunken hab man denkt jetzt ich wäre gewalttätig dabei könnte dann kommen wir noch zu das hätte ich fast vergessen das steht auch gar nicht hier auf meinem Zettel das muss ich noch reinschreiben ja da schreibe ich am besten gleich mal drunter so und zwar ein Award für die meisten Teilnahmen denn das müssen wir trotzdem auch irgendwann mal würdigen die meisten Teilnahmen dieses Jahr in der Qualifikation hatte der Marco beziehungsweise was sagen wir denn eigentlich der hat so viele Namen sagen wir Nierrep sagen wir Marco sagen wir Slivki Show sagen wir Putzmördel sagen wir keine Ahnung was ich sag einfach Marco weil Marco ja die kommen schon die ganzen Sprüche immer 50% aller Teilnehmer ist Marco sind Marco und das müsst ihr auch mal machen 9 9 Qualifikationen einsenden für ein und dasselbe Turnier und dann auch noch in der ersten Runde 9 Runden einreichen für das Turnier andere die schaffen es in 3 Wochen nicht mal eine Runde zu machen und er hat einfach in den in den 3 Wochen 9 Runden gemacht weil er 9 mal mitmacht und 9 mal durchgezogen hat deswegen meiste Teilnahmen Marco ich hoffe ich schreibe mal mit C jetzt schreibe ich hier nämlich Marco rein ach da habe ich mich verschrieben das aber auch schön das ziehen wir mal dahinter passt meiste Teilnahmen also an Marco dann haben wir noch Ultritsch BMA und ihr wollt wissen was das für ein Award ist das ist der Award für die beste Gartenhütte hey das ist doch mal was oder sowas gab es auch noch nicht auch nur aus der Quali heraus weil ich da ich glaube ich habe da auch gesagt einfach boah guck mal Bierchen und im Garten und da ist so eine Hütte da sitzt sogar einer drin da trinkt auch ein Bierchen da wäre ich jetzt auch gern und würde mitmachen sieht so chillig und bequem aus habe ich so an sich als Location noch nicht gesehen oder noch nicht gehabt oder habe es verdrängt aber für mich der Award für die beste Gartenhütte geht an Ultritsch BMA so das war es eigentlich schon ihr seht eigentlich ist die Qualifikationsphase sowieso immer das lustigste am ganzen NAR das ist eben wie bei DSDS die Castings wo noch die ganzen Spasten dabei sind und unterhalten durch ihr Nichtkönnen und durch ihr Versuchtes Können oder durch ihre Troll Qualis sozusagen und da hat man einfach so Paradiesvögel dabei die in den Runden vielleicht nichts einreichen oder erste Runde rausfliegen bevor nur noch die großen Geschosse am Start sind aber in der Qualiphase gibt es eigentlich immer was zu lachen immer was unterhaltendes immer was zu schmunzeln und deshalb gibt es da auch besondere Awards und eben auch die Sachen die man nur einmal verleiht wie eben das beste Gimmick oder sowas oder bester Newcomer denn das könnt ihr ja nicht jede Runde machen es kann ja nicht jede Runde ein anderer oder beste Newcomer sein den gibt es eben nur einmal das war es aber jetzt von den Awards für die Qualifikation 2020 und wir melden uns zurück dann auf jeden Fall mit den Awards für das 75 und dann ist aber auch was ist denn heute hier der 26 ist gleich das ist brutal da muss ich mich ranhalten dass ich bis zum Wochenende das noch fertig habe und dann das andere noch fertig habe und dann die Runden schon hoch lade und dafür muss ich ja dann auch aber erst nach dem Bewerten also ihr seht es gibt noch viel zu tun wir halten uns nicht lang auf das war es von meiner Seite aus wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin Peace out Vorhaut euer Romsus Bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal